Heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, Balance in der Oberstufe zu finden. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitte. Und eine Entwicklung, über die ich in den letzten Jahren sehr, sehr glücklich bin, ist, dass bei vielen im Kopf es aufhört, dass sie nur noch an die Note denken und das Gefühl haben, ich muss aber diesen Einschnitt erreichen, sonst schaffe ich es nicht. Sondern dass viele auch anfangen, sich bewusst darüber zu werden, dass es nicht unbedingt das Richtige ist, jede Note um den richtigen Preis, oder was heißt um den richtigen Preis, um jeden Preis irgendwie haben zu wollen und dass viel mehr von euch auch anfangen zu erkennen, okay, ist ein gewisser Grad an Balance wichtig. Das ist auch für mich ein sehr spannendes Thema, darüber zu sprechen, weil ich immer jemand war, der diese Balance im klassischen Stile nie gebraucht hat und auch nie wollte. Mich hat der Gedanke nie inspiriert, irgendwie einen sehr ausgeglichenen Tag zu haben, viel Ruhe zu haben. Das hat mich nie inspiriert, vor allem nicht in den letzten zwei Jahren, wenn ich einfach Gas geben wollte, ich wollte mich ausleben. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber natürlich hat es auch bei mir mich an Punkte gebracht, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr. Und ich weiß, dass viele von euch sich dafür interessieren, okay, wie kann ich irgendeine, oder was heißt, ich sag mal, viele von euch sich wünschen würden, sie hätten viel Balance in der Oberstufe, gleichzeitig aber das Gefühl haben, sie haben so viel zu tun und so gestresst sind, dass sie es eigentlich überhaupt nicht schaffen oder sich auch gar nicht vorstellen können, wie sie das hinbekommen sollen. Und deswegen möchte ich heute dann mit euch darüber reden. Und gerne, während ich rede, ich weiß, dass die meisten von euch sowieso immer, mache ich auch bei jedem YouTube-Video immer in die Kommentare gehen und die durchlesen, schreibt gerne mal eure Erfahrungen mit Balance in die YouTube-Kommentare. Ist es euch wichtig, Balance zu haben? Was habt ihr dafür schon getan? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Einfach, dass wir uns ein bisschen austauschen und jeder, der das Video hier sieht, nicht nur durch das, was ich sage, sondern auch durch das, was ihr schreibt, noch mehr Mehrwert bekommt. Denn Balance ist, glaube ich, ein extrem kniffliges Thema. Weil, wenn man an Balance denkt, könnte man schnell an so eine Waage denken, die irgendwie so ausgeglichen sein muss. Aber gerade, wenn du in der Oberstufe sehr gute Noten schreiben willst und vielleicht auch nicht bei unserem Coaching bist und noch mit sehr, mit den herkömmlichen Herangehensweisen an die Oberstufe rangehst, dann wirst du einfach das Gefühl haben, ja, ich muss die Oberstufe halt zur absoluten Priorität machen und es wird einfach einen Großteil meiner Woche einnehmen. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung. Und meiner Meinung nach auch gar nicht so ein großes Problem. Sondern, wo es, glaube ich, richtig schwierig wird, wenn du eine Sache, beispielsweise die Oberstufe, das Abitur, deine Noten, die Schule, so sehr über alles andere stellst, dass es einfach alles einnimmt. Ja, absolut alles. Dass du an einem Tag nichts mehr machen kannst, außer Schule. Das ist der Punkt, wo ich sagen will, das ist zu viel Extreme. Ja, ich bin nicht der Typ, der sagt, jeder Tag sollte perfekt ausgeglichen sein, ist meiner Meinung nach auch Schwachsinn, ist auch vielleicht einfach so ein Ideal, was einfach schwer bis nicht zu erreichen ist. Nur das Wichtige ist, dass du halt nicht nur für die Schule lebst, dass du nicht nur an deine Noten denkst, dass du nicht die ganze Zeit nur lernst. Weil Balance bedeutet für mich zum Beispiel auch, einfach nur dir jeden Abend noch 20 Minuten freizunehmen. Und das ist zum Beispiel auch schon mal der erste Tipp, den ich euch geben möchte. Wenn du das Gefühl hast, ich bin so überarbeitet, ich muss so viele Sachen machen, dann nimm dir mal einen festen Zeitpunkt am Tag, sagen wir mal 30 Minuten lang, wo du nichts machen darfst. Wo du einfach nichts machen darfst. Für mich ist es zum Beispiel am Morgen meine Meditation. Ich meditiere jeden Morgen eine halbe Stunde, bin mittlerweile aber auch nicht mehr so hart mit mir zu sagen, du musst diese 30 Minuten auch wirklich durchmeditieren. Sondern ich mache das mehr so, wie es sich für mich richtig angefühlt mittlerweile. Aber egal was passiert, ich werde in diesen 30 Minuten entweder meditieren oder einfach rumsitzen. Das heißt, es gibt für mich kein, ich meditiere jetzt nur 12 Minuten, jetzt muss ich aber ganz schnell wieder irgendwas weiterarbeiten. Sondern für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich mir wirklich sagen kann, ich habe an jedem Tag, hätte ich immer noch eine halbe Stunde Zeit gehabt. Das heißt, so stressig kann es gerade nicht sein. Selbst wenn es gerade übelstressig ist und ich die Meditation einfach brauche, um mich zu fokussieren, dann weiß ich trotzdem irgendwie in mir, hey, da habe ich immer noch eine halbe Stunde nichts getan und ich habe immer noch Kapazitäten. Das ist, glaube ich, super wichtig für jeden von euch. Das heißt, ihr könnt das zum Beispiel die halbe Stunde machen, die bei euch immer nach der Schule ist. Ja, einfach da eine halbe Stunde Pause zu machen. Ihr könnt auch einfach die letzte halbe Stunde am Tag zu machen. Nehmt am besten eine halbe Stunde, wo ihr sowieso nicht wirklich produktiv seid. Ja, wenn ihr zum Beispiel immer spät abends noch kurz vorm Einschlafen irgendwie an eurem Schreibtisch-Stilz und ihr merkt, da kommt eh nicht viel bei rum. Sagt euch immer, okay, die halb, wenn ihr zum Beispiel um 10 Uhr schlafen geht, okay, bis halb 10 kann ich Hausaufgaben machen oder lernen oder was auch immer, aber danach mache ich das nicht mehr. Einfach nur, dass ihr für euch selbst lernst, okay, ich muss nicht nur die ganze Zeit was für die Schule machen. Das ist schon mal ein richtig wichtiger Punkt. Dann, in der nächsten Stufe, würde ich mir an eurer Stelle vor allem auch überlegen, okay, wenn ich nicht nur mich auf die Schule konzentriere, was sind denn dann andere Sachen, die mir auch wichtig sind? Und schreibt da mal so eure 1, 2, 3, 4, allerhöchstens 5 Top-Prioritäten auf. Weil wenn ihr 27 Sachen aufschreibt, dann verliert ihr da wieder den Fokus und werdet die ganze Zeit nur beschäftigt sein, irgendwie das alles zu versuchen zu balancieren. Und es wird einfach nicht so hundertprozentig funktionieren. Deswegen, überlegt euch so, was ist mir neben der Schule richtig wichtig? Zum Beispiel Freund, Freundin, normale Freunde, Familie, ein Hobby, was ihr habt, was auch immer, ja. Überlegt euch ganz konkret, okay, mit diesen Personen möchte ich mehr Zeit verbringen oder auch mit diesen Aktivitäten möchte ich mehr Zeit verbringen. Und wenn ihr das habt, dann macht diese Sachen genauso zu einer Priorität wie die Schule. Zum Beispiel, für mich war es lange so, dass ich immer gesagt habe, nee, für mich hier das einfaches Coaching mit euch und weiter steht einfach über allen. Ja, überall. Egal, was das ist. Ich habe teilweise meine Familie super lange nicht gesehen. Ich habe mir keine Zeit mehr genommen für die Dinge, die mir außerhalb von dem Ganzen hier noch Spaß machen. Und war einfach immer nur, und hatte immer das Gefühl, jede Sekunde, die ich davon wegnehme, hier für euch da zu sein und das Ganze hier aufzubauen und groß zu machen, wäre irgendwie verschwendete Zeit. Aber das könnte halt nicht weiter von der Wahrheit weg sein. Weil, wenn du mal wieder irgendwie eine halbe Stunde was machst, worauf du einfach Bock hast oder dich zwei Stunden mit einer Person unterhältst, die dir vielleicht auch einfach Kraft gibt, dann macht es super viel mit dir und sorgt eigentlich auch dafür, dass du einfach nur konstant weiter motiviert für die Schule bist und dir nicht irgendwann denkst, boah, ich habe einfach gar keinen Bock mehr da drauf. Das heißt, nimm dir so ein, zwei, drei Sachen in deiner Woche, wo du sagst, nee, das ist garantiert. Zum Beispiel, sonntags esse ich immer mit meiner Familie Mittag. Egal, ob ich am nächsten Tag eine Klausur habe oder was auch immer. Oder jeden Tag nehme ich mir einfach eine halbe Stunde nochmal oder eine Stunde oder was auch immer. Und wenn es nur fünf Minuten sind, um einfach eine Sache zu machen, wo ich gerade einfach Bock drauf habe. Oder einfach jeden Abend 15 Minuten, um irgendwie aufzuschreiben, was an dem Tag passiert ist. Egal, was ist. Hauptsache, du schaffst irgendwas, wo du ein bisschen auch wieder locker lassen kannst. Weil Schule ist meist immer angeschränkt und so weiter. Und es ist nicht so, dass du genau 50% deiner Zeit mit der Schule verbringen musst und 50% der Zeit mit Dingen, die dich entspannen, damit du irgendwie eine Balance hast. Darum geht es nicht. Es kann auch sein, dass du dich größtenteils mit der Schule beschäftigst und nur eine Stunde entspannst. Aber wenn dir das reicht, dann ist das ja wunderbar und dann ist das deine Form von Balance. Ich zum Beispiel mache es aktuell so, dass ich relativ entspannt in den Tag starte. Aber ansonsten bin ich den ganzen Tag von außen betrachtet beschäftigt. Ich mache die ganze Zeit was, kreiere Videos für euch, telefoniere mit Bewerbern für unser Coaching, was auch immer. Und mache das die ganze Zeit. Und man könnte dann sagen, der Leo hat ja irgendwie gar keine Balance. Der macht die ganze Zeit nur an seinem Coaching. Und das stimmt schon gewissermaßen. Aber ich fühle mich, und ich glaube, das ist dann auch in dem Prozess, wenn ihr versucht, das Ganze weiterzumachen und immer eine noch bessere Balance zu kreieren, eine richtig gute Orientierung. Weil wenn ihr mit anderen Menschen vielleicht auch über Balance spricht, dann wird jeder eine andere Definition haben. Für die einen bedeutet das, jeden Morgen zu meditieren, gesund zu essen, Freunde zu treffen, alles genau ausgeglichen zu haben. Für andere bedeutet das einfach nur von der einen Sache, die sie ganz viel machen, so viel Abstand bekommen, dass sie irgendwie wieder klar denken können und sich auch wieder auf die Sache freuen. Und was auch immer deine Definition davon ist, zeigt sich, glaube ich, am besten über dein Gefühl. Das heißt, Balance würde ich an deiner Stelle nicht darüber definieren, wie ausgeglichen dein Tag ist, so von den Zeiten, was du mit was verbringst oder wie lange du mit welcher Tätigkeit deine Zeit verbringst, sondern vielmehr, wie fühlt es sich in dir an. Jetzt ist zum Beispiel gerade wieder kurz vor Mitternacht und ich nehme weiter diese Videos für euch auf. Da könnte man ja sagen, das hat nichts mit Balance zu tun, um die Uhrzeit sollte man schon schlafen, sollte man vielleicht ein Buch lesen, sollte man nicht mehr arbeiten, wie auch immer, kann ja jeder sagen, wie er möchte. Aber ich weiß, dass ich mich jetzt gerade ausgeglichen fühle. Ich fühle mich entspannt, es war heute ein langer Tag, ich habe unglaublich viele Telefonate geführt, unglaublich viele Dinge erledigt, aber ich fühle mich entspannt, weil mir macht das hier Spaß, ich könnte den ganzen Tag reden und wenn wir jetzt hier einen Livestream machen und bis um vier in die Nacht würde ich noch mit euch sprechen und euch meine besten Tipps auf den Weg geben, dann wäre es halt so. Irgendwann würde ich auch pennen gehen wollen, aber ich liebe das halt hier und deswegen mache ich das halt die ganze Zeit. Und deswegen ist halt auch die Frage, wie ist es für dich? Vielleicht bist du zum Beispiel auch jemand, der sagt, hey, Schule macht für mich mega Spaß, das ist mein großer Traum, ich werde alles geben. Und wenn du dich in dem Prozess gut fühlst, dann lass dir auch von niemandem was einreden. Ja, zum Beispiel meine Eltern sagen mir immer wieder, hey Leo, sollst du ein paar mehr Pausen machen und so weiter? Und da haben sie auch ab und zu recht, aber genauso haben sie halt in allen anderen Fällen nicht recht. Und es mag vielleicht von außen so wirken, als bin ich die ganze Zeit so super beschäftigt. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo es schwierig wird, und zwar, wenn andere Menschen anfangen, ihre Glaubenssysteme, ihre Wertesysteme auf dich zu versuchen zu übertragen. Ja, das spreche ich zum Beispiel mit meiner Mom öfter drüber. Weil meine Mom, ihr ist, glaube ich, einfach gerade wichtig, einfach immer zufrieden zu sein und einfach ausglichen zu sein. Und ich sage, Mom, ich bin jetzt 20, für mich ist es gerade nicht wichtig, ich will Gas geben, ich will mein Leben leben, ja. Ja, so zur Ruhe kommen kann ich ja dann, wenn ich 50, 60, 70 bin. Und deswegen sei dir einfach für dich bewusst, was ist für dich richtig. Und da ist es auch egal, ob das jetzt mit dem übereinstimmt, was ich jetzt zum Beispiel über mein Leben gesagt habe, oder ob das übereinstimmt mit dem, was deine Eltern sich vorstellen, oder wie deine Eltern leben, auch wenn deine Eltern zum Beispiel super beschäftigt sind. Und du sagst, mir ist Leistung einfach nicht so wichtig. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das einzig Wichtige an Balance einfach nur, erstens, dass du verstehst, dass du sie verdient hast. Zweitens, dass du sie selbst für dich definierst. Und drittens, dass du sie dann auch so befolgst, wie du es dir wünschst. Und glaub mir, das ist auch eine Sache, die ich lange selbst nicht glauben wollte, wenn du dir ein Stückchen mehr, wenn du zu der Art von Mensch gehörst, die sich schwer damit tut, irgendwie Balance zuzulassen, sich selbst mehr Ruhe, mehr Pausen zu gönnen, macht es mal einfach nur einen Tick mehr, und ihr werdet merken, wie viel produktiver ihr dadurch werdet, wie viel mehr Ergebnisse ihr dadurch erschafft. Es funktioniert wirklich. Ruhe, Entspannung und Regeneration ist extrem, extrem wichtig. Wenn du darüber noch mehr lernen möchtest, wenn du Spaß haben möchtest an der Schule, wenn du die besten Techniken mitbekommen möchtest, wie ich zum Beispiel auch meine 1,0 in meinen Abiturberufen geschrieben habe, dann komm gerne bei uns ins Traum. Abitur-Coaching ist mein persönliches Coaching-Programm, wo ich dich mit allem versorge, was du brauchst, um ganz entspannt, mit ganz viel Balance, den Schnitt zu erreichen, den du dir wünschst, und auch die Noten zu schreiben, von denen du immer geträumt hast. Dann geh einfach auf den Link in der ersten YouTube-Beschreibung. Warum sag ich das mal falsch? In der YouTube-Beschreibung einfach der erste Link. Einfach draufklicken, Video anschauen, eintragen, bewerben, und dann sprechen wir miteinander, wie wir dir weiterhelfen können. In diesem Sinne, denk dran, ich glaub an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Bis zum nächsten Mal.